So, liebe Freunde, ich hab's schon ein paar Mal angeteased, unter anderem in der letzten Kino-Plus-Folge und auch bei Tees.me. Und jetzt wird's ernst. Ich möchte mich ein bisschen dafür revanchieren, dass ich vor einiger Zeit bei Eve im Livestream war und zwischen den 32 beliebtesten 80er-Jahre-Filmen der Moviepilot-Community knallhart entscheiden musste. Ja, es wurden immer zwei Titel gegeneinander gestellt und dann musste man sich für einen entscheiden. Und mit drei Leuten musste man sich dieses Duell entscheiden und der Film mit den meisten Stimmen, der kam halt weiter. Und das hab ich mir gedacht, das können wir auch. Och, bzw. das machen wir doch jetzt auch mal. Und ich hab mir dafür aus aktuellem Anlass zwei Listen genommen, um 32 Filme gegeneinander antreten zu lassen, die, ja, laut Rotten Tomatoes die beliebtesten Filme der letzten 25 Jahre seit Existenz von Rotten Tomatoes ... Oh mein Gott, ist das so viel schwieriger dann noch. Ja, also die besten Filme gewählt von den Kritikern und die besten Filme gewählt von den Fans. Die Fans haben jeweils 25, die Kritiker haben jeweils 25. Dadurch, dass wir aber hier halt so einen Turnierbaum haben und 32 brauchen, hab ich die 16 Besten der Fans mit den 16 Besten der Kritiker zusammengemischt. Gab es eine Doppelung, hab ich den Film gelassen, der weiter oben steht. Also nur ein Beispiel, nur ein Beispiel. Everything, everywhere, all at once ist bei den Fans irgendwo auf Platz. Warte, ich kann's euch sogar sagen. Warte. Aber wird's dir auch drei Stimmen geben? Also wählst du mit? Ich will mit, ja. Okay. Und ist es dann umgekehrt, dass quasi der 16. gegen den ersten antritt? Es ist wild durcheinander gemischt. Okay, es will durcheinander. Ich wollt nur kurz erklären. Ich hab die beiden 16er, also ich hab die 16 Plätze von den Fans und den Kritikern nebeneinander gestellt und hab die Doppelten so gesehen immer rausgestrichen, aber beziehungsweise hab die Filme, die doppelt genannt worden sind, drin gelassen, je höher sie waren. Also Everything, everywhere, all at once ist bei den Fans auf Platz neun. Bei den Kritikern auf Platz 15. Also hab ich ihn bei den Kritikern rausgenommen und hab ihn bei den Fans drin gelassen. Auf Platz 15 der beliebtesten Filme aller Zeiten? Ja, schon in 20 Jahren. Und da ist einer nachgerückt bei den Regisseursern. Ja, und dann hab ich den bei den Kritikern nachgerückt. Kritikern, ja. 25 Jahre, wow, wow. Wenn du einen Film beißt, den einer von uns nicht gesehen hat, wahrscheinlich ich, dann kann ich nach Gefühl gehen. Dann kannst du nach Gefühl gehen. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich so viel dabei ist, dass du nicht gesehen hast. Das soll alles voller Marvel sein. Und wir wollen's wirklich schnell machen, ne? Wir wollen wirklich ne schnelle Entscheidung. Ja, ja. Deswegen, hier ist der Turnierbaum. Ja, ihr seht ihn. Ich hoffe, ihr könnt ihn richtig sehen. Okay. Und jetzt müssen wir ermitteln, liebe Freunde. Das ist ja richtig viel Marvel. Ja, gehen wir doch mal, wollen wir links anfangen? Äh, ja. Ja, was haben wir da? Infinity War gegen Spider-Verse 1. Spider-Verse. Spider-Verse. Infinity War. Alles klar, Spider-Verse ist weiter. Dann haben wir Parasite gegen, was ist das? Inception. Oh, shit. Inception, sorry. Inception. Gut, dann sag ich Parasite. Parasite ist ein wirklich guter Film, hat auch viel zu sagen, aber Inception ist groundbreaking für mich. Okay, also ist Inception weiter. Schlimm, schlimm, schlimm. Jetzt wird's schwieriger. Mulholland Drive gegen Saved Private Ryan. Saved Ryan. Ganz klar. Gregor, bitte, mach mich nicht schwach. Schwierig. Also ich sag ganz klar Mulholland Drive. Oh, ja, Mulholland Drive, ja. David Lynch, komm. Geil. Warte. Geil. Okay. Dann haben wir, und das ist geil, The Dark Knight ist bei den Kritikern auf Platz 4 und bei den Fans tatsächlich auf Platz 1. Ja. Hier muss er jetzt antreten gegen Zodiac. Ich liebe beide Filme, muss ich sagen. Ich liebe beide wirklich gerne. Es wäre für mich aber schwieriger gewesen, wenn es The Dark Knight gegen 7 gewesen wäre. Aber die 7 ist ja schon ein bisschen länger her. Ja, sie ist ja. Dark Knight. Dark Knight ist es auch bei mir. Ja, bei mir ist es auch Dark Knight. Einfach, weil ich Dark Knight wirklich immer gerne gucke. Zodiac, für den musst du dich wirklich investieren. Ja, ja, ja. So, was haben wir da? Moonlight gegen Magnolia. 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 Ja? Magnolia, das ist zwar ein toller Film. Ja, komm. Der muss aber ganz knapp noch in der Regelung drin sein. Der ist doch schon... Magnolia ist, ähm... Ist bei den Kritikern... Ich meine von der Zeit, ne? 25 Jahre hast du ja gesagt. Ja, 99. 99, ja. Ganz klar. Also Magnolia ist bei den Kritikern auf Platz 13. Okay. Ja. Ich bin auch bei... Ich finde, Moonlight ist ein ganz toller Film. Wirklich ein ganz toller Film. Ich hatte ein super interessantes Gespräch mit dem Regisseur. Ähm... Trotzdem, Magnolia muss ich auch sagen, finde ich etwas besser. So, jetzt wird's auch nochmal hard. Spirited, FYI. Das ist doch der Anime, ne? Genau, das ist Chihiros Reise ins Zauberland. Okay, den hab ich gesehen. Gegen Everything, Everywhere, All at Once. Ich bleib bei Everything, Everywhere, All at Once. Sorry. Ich hab den letztens vom Kumpel gezeigt, der so angefangen hat zu weinen. Bei Everything, Everywhere, All at Once gegen Ende. Meinte, der Film spricht ihn so persönlich an wie... noch nie einen Film in seinem Leben. Dann ist mir einfach wieder klar geworden, dass wir mehr solche Filme brauchen. Und für mich ganz klar, Everything, Everywhere, All at Once. Weißt du, Spirited Away, toll. Ich hab persönlich lieber Regiblis. Also, geh ich auch auf Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Also, ich mag auch... Ich mag den, ne? Also, aber... Ich mag Spirited Away noch ein bisschen mehr. Ich bleib bei Spirited Away, aber das hat ja dann auch keine Bebandnis mehr. Everything, Everywhere, All at Once. Ganz krass. So, dann... Portrait of a Lady on Fire. Portrait einer Frau in Flamm gegen... Mood for Love. In the Mood for Love. In the Mood for Love. Wonka Vai gegen Celins Giamma. Ich weiß nicht. Ich fürchte, ich hab beide nicht gesehen diesmal. Ja. Portrait of a Lady on Fire wollte ich unbedingt sehen. Er hat Sebastian gesehen. Das war einer seiner Lieblingsfilme. Vor zwei Jahren war der, glaub ich. Ja. Deswegen Heimvorteil. Sebastian, für dich sag ich Portrait of a Lady on Fire. Gut, ich sag In the Mood for Love, weil ich bin ein großer Fan von diesem Film. Ich bin ein großer Fan von Tony Leung. Ich kann den ersten nicht beurteilen, weil ich ihn nicht kenne, aber In the Mood for Love. Alles klar. Der ist weiter. So, was haben wir ganz unten noch? Top Gun Maverick gegen Mad Max Fury Road. Ich werd jetzt... Es ist nicht schwer. Es ist nicht schwer. Es ist Fury Road. Ich muss aber gleichzeitig sagen, Top Gun Maverick ist phänomenal. Es ist der beste Sequel seit langem. Es ist echt ein ganz tolles Kinoerlebnis gewesen. Aber Mad Max Fury Road hat Maßstäbe gesetzt, wie Actionkino sein muss. Also bei all der Qualität von Maverick, war ein toller Film, aber ich bin immer noch erstaunt darüber, wie geil der abgegangen ist und wie toll den Leute fanden. Letzten Endes für einen wirklich guten Actionfilm. Fury Road ist Ausnahmefilm. Und Mad Max Fury Road, ob ihr es glauben werdet oder nicht, ist bei den Kritikern auf Platz 1. Wow. Und bei den Fans... Platz 7? Nee, da ist er Platz 19. 19? Wow. Wirklich? Aber Fury Road, dieses Kinoerlebnis, Opening Night im IMAX, ich werd's nie vergessen. Ich muss auch sagen, also Fury Road, war alle Liebe für Maverick. Ich find den auch wirklich toll. Das ist eine super Fortsetzung oder beziehungsweise eine Fortsetzung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die technisch auch echt beeindruckend war und so. Aber Fury Road war einfach der viel größere Flash. So, kommen wir zur rechten Seite. Endgame gegen... Also, Avengers Endgame gegen Spider-Verse 2. Das ist für mich dann doch recht einfach. Für mich ist es tatsächlich... Ich dachte, es wär einfacher. Spider-Verse 2 ist Problem, für mich ist es ein halber Film. Das ist so mein Problem mit der Nummer. An sich find ich, animationsmäßig setzt der ganz neue Maßstäbe. Ich war verliebt in den Filmen, er ist auch in meiner Top-Liste. Endgame ist eigentlich Back to the Future 2 und ganz viel Zeugs brauchst du nicht drin. Aber so wie er sich von diesen Figuren verabschiedet, mit denen man so viel Zeit auf der Leinwand verbracht hat, muss Endgame sagen. Was sagst du denn, Daniel? Es ist schwierig. Ich find Spider-Verse 2 ist der bessere Film. Ja, wahrscheinlich. Spider-Verse 2 kannst du aber erst wirklich beurteilen, wenn du Spider-Verse 3 gesehen hast. Das ist das Ding. Das ist so das große Problem. Ich mein, jetzt kannst du natürlich sagen, Endgame kannst du auch nur beurteilen, wenn du halt alle 22 Filme vorher oder 25 Filme vorher gesehen hast. Aber... Aber die gibt's zumindest schon. Ich bin wirklich doch noch dabei zu sagen, Endgame ist so ein... Nicht unbedingt vom Film her, sondern vom Gesamtding her. Dieses Event, was Endgame darstellt. Diese Zusammenführung von so vielen Filmen, wirklich dieser Höhepunkt von so vielen Jahren, dann lass ich hier Endgame weitergehen. Ja, und das ist der Payoff des gesamten MCU. Es ist das Ende des MCU gewesen, das Ende einer Ära. Was danach kommt, ist eher noch mal was anderes. Und es ist auch Endgame für mich. Ja. Also ich geb hier noch mal Endgame den Vorzug. Sie werden uns alle hassen. Gut, Get Out und The Matrix. Ey, wenn Get Out gegen einen anderen Film angetreten wär, gerne. Aber The Matrix, sorry. Natürlich die Matrix. Also, ohne Frage. Also es ist ja nicht mal... Nein. Also nichts gegen Get Out. Aber es ist nicht mal mein Lieblings-Jordan-Pierre-Film. So. Ja. Gut, ich meine, ich kann ja sagen, was ich will. Deswegen enthalte ich mich. Ihr habt schon zweimal Matrix. Nein, nein, sag es trotzdem. Nee, ich bin auch... Also Matrix, ich muss sagen, ich hab ihn einfach häufiger gesehen. Matrix hat das Kino revolutioniert. Ja, das ist so ein Punkt, den ich gerne immer so ein bisschen abschwächen möchte. Das Mainstream-Kino revolutioniert. Einigen wir uns daraus. Also sagen wir beides in ihren Bereichen sehr, sehr einflussend. Ja, 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 ja. Ich würd auch sagen, rein vom Ding, vom Drehbuch her, ist Get Out der bessere Film. Ja? So wie alles, sag ich mal, ineinander fließt und welche Themen drin sind. Aber Matrix hat halt Gatling Gans, die Ostschrauber und Zeitlupe. Ja, hat halt Gatling Gans. Ich sag's mal so. Das Einzige, was ich nehmen würde, um das Argument so ein bisschen zu entschleunigen, die Matrix-Sequels haben... Viel kaputt gemacht. ...haben Matrix geschadet. Sehr. Das erklärt auch, dass Predator der beste Film ist, weil es ja auch Gatling Gans gibt. Ja. Ja, aber was soll ich denn sagen, Alter? Okay, aber dann wissen wir, wer nächste Runde gewinnt, so will ich nur sagen, aber... Inglourious Bastards und... Oh. There will be blood. Schwierig. Das ist für mich Bastards. Also Bastards ist einer der besten Filme, äh, das ist meine Lieblingsfilme. Das ist der Film, der dafür verantwortlich ist, dass ich bei Movie Blood arbeite, muss ich auch sagen. Also dieser Film hat alles bei mir verändert. Danach hab ich gesagt, ich muss irgendwas in dem Bereich machen. Ich hätt ganz ehrlich gedacht, nicht gedacht, dass der so gut bewertet ist, dass er so eine Top 25 aus ist. Also ich würde auch persönlich Inglourious Bastards nehmen, von persönlicher Präferenz. Gut, dann sag ich... There will be blood. There will be blood ist toll, aber du musst dich... Also den kannst du nicht so häufig gucken. Nee, nee, das weiß ich. Also ich find... Inglourious Bastards ist der deutlich zugänglichere Film. Der ist echt zäh. Den guckst du leichter weg. Aber ich find halt, there will be blood ist... Wirklich ist es... Also... Also bisher, find ich, sind die Pairings... Noch sehr... Noch voll okay. Ja, ja. Es wird unfair. Es wird gemein. Aber auch das nächste... Aber also ich nur mal sag... Was ich nur mal sagen will, there will be blood ist für mich ein Kraftwerk des Kinos. Ist es auch. Ja. Und auch Danny Deleuze, also erneut. Oh, jetzt wird's fies, aber jetzt wird's fies. Nee, ist für mich auch fies. Interstellar. Ich sag Pans Labyrinth. Ich sag auch Pans Labyrinth. Ich find Interstellar, das ist der eine Nolan-Film, mit dem ich nie so hundertprozentig warm wurde. Obwohl ich hab mir jetzt grad noch mal angefangen, er ist, glaub ich, bei Netflix gerade erhältlich. Ich hab mir noch mal angefangen, so, weil ich durch... Durch Hans Zimmer, glaub ich, bin ich wieder so ein bisschen in... Alter, alleine so... Das ist eins meiner liebsten Kinoerlebnisse. Die Docking-Szene im Kinosaal reingedrückt werden. Also man kann's nicht nur in einer Szene festmachen. Und der hat natürlich ein bisschen viel Sci-Fi, Melodran und Schwurbelei da drin, also... Aber es hat ein paar so enorm starke Szenen da drin. Will ich wirklich auch gar nicht absprechen. Ich find, das ist auch ein beeindruckendes Kinoerlebnis. Ich muss aber sagen, Pans Labyrinth ist mir halt wirklich so tief ins Herz reingegangen. Ich fand den... Wirklich, das ist ein Herzensfilm einfach von mir. Und die Szene mit der Flasche, die Szene an dem Esstisch, das Ende... Also wirklich, dieser Film hat mich einfach viel mehr fertig gemacht, als es Interstellar gemacht hat. Interstellar wirklich in allen Ehen. Ich respektiere diesen Film wirklich, aber da muss ich halt Pans Labyrinth entfangen. Und ich bin halt auch ein Sacker für diese ganzen Kostüme von Guillermo del Toro. Aber du merkst, wie schwierig es ist. Es ist hart. Es ist mega hart. So, Social Network Fight Club. Ist das ein Zinn? Was ist Fincher? Ja, da geh ich aber mit Fight Club. Fight Club. Fight Club. Also, ich habe nie verstanden, Social Network ist wirklich ein ganz toller Film. Ich habe nie verstanden, warum Leute so tun, als wäre es einer der besten Filme auf der Welt. Ich habe es nie verstanden. Ich weiß, es geht um Social Media und deswegen hat uns hat Social Media so verändert. Aber der Film hat uns nicht so verändert. Ja, ja. Aber er ist schon gut geschrieben. Er ist wirklich gut und ich finde es auch geil, dass er geschrieben ist wie ein Thriller, obwohl es nur die Biographies von Zuckerberg und Facebook. Aber so gut? Das war ein Sorken-Drehbuch? Ja. Hat man ja gemerkt bei ihm, ja. So, und jetzt wird es nochmal fantastisch und ja, mal gucken. Oh. Herr der Ringe 1, die Gefährten gegen No Country for Old Men. Ey, ich, ich, pass auf, ich liebe No Country for Old Men. Ich auch. Ich muss aber sagen, wenn ich mich deutlich häufiger gesehen habe, ist halt Fellowship of the Rings. Wenn es nicht der erste Herr der Ringe wäre, würde ich sagen, No Country for Old Men hat schon sehr viel, aber es ist, ich finde den ersten ist mein persönlicher Liebling auch von denen. Mein persönlicher Liebling ist der zweite eigentlich. Ich liebe The Two Towers am meisten. Ah, ich liebe No Country for Old Men. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es bald sowieso... Ich sage Herr der Ringe. Ich sage es auch. Ich sage es auch. Ich sage auch Herr der Ringe. Ich wirklich, No Country for Old Men ist wirklich stark. Können wir kurz sagen, wie toll No Country for Old Men ist? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Slow burn, so mitreißend zu machen, das musst du erst mal schaffen. Ja, und auch ohne Score. Ja. So, Herr der Ringe 2. Whiplash. Und Whiplash. Ich liebe Whiplash. Ich liebe, liebe, liebe Whiplash. Aber das andere hat Uruk-Kai. Ach so. Ach so. Aber ich werde hier für die Kettlingern ausgelacht. Ja, okay. Whiplash ist eins der besten... So, Leute. Bevor ihr euch entscheidet, ich sage Whiplash. Whiplash ist eins der besten Duelle, das ich je gesehen habe. Das ist ein Film, der spannender ist als die meisten Actionfilme. Dieser monumentale Kampf zwischen Lehrer und Schüler ist so krass. und das Finale, wo einfach nur dieser Close-Up auf die Augen und wir wissen... Ich kann es abkürzen. Aber Uruk-Kai. Nein. Sag ich wirklich? Ich sag wirklich. Okay. Krass. Du kannst gern bei Herr der Ringe bleiben, aber wir haben noch eine weitere Konstellation mit Herr der Ringe. Deswegen, deswegen. Und ich sage mal so, Inside Louis Davis, Kohn-Brüder ebenfalls. Ja, aber... Aber gegen Herr der Ringe 3. Nein. Und ihr müsst euch garantiert von niemandem hier niederknien, kommt leider halt Inside Louis Davis auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also hier ist Return of the King klar, finde ich. Das wird auch der Headbrick sein. Ja, ja. Also, so. Gehen wir wieder von links? Okay. Spider-Wars gegen Inception. Größter Spidey-Fan aller Zeiten sitzt hier vor euch und ich sag Inception. Echtes? Ja. Sorry. Soll ich? Inception. Ey, wir haben viel mehr gemeinsam, als ich dachte so. Also, Spider-Wars-Filme in Ehre und ich muss den zweiten auch noch gucken. Der ist toll, der ist toll. Spider-Man ist nie mein liebster Superheld gewesen. Ich bin Batman- und Superman-Fan. Okay. Also, es heißt, Inception beide? Ja. Ist schon entschieden, muss ich mich gar nicht mehr zu groß. Tut mir furchtbar leid, aber. Aber ich, es ist wirklich eine schwere Wahl. Ich, ach, ey. Also, ich bleib jetzt dabei. Wenn es jetzt Spider-Man von Raimi gewesen wär, dann hätte Raimi gewonnen. Der zweite dann, ne? Der erste und der zweite. Aber, ähm. Oh Gott. Mulholland Drive versus Dark Knight. Was ist das für eine Entscheidung, ey? Dark Knight. Gerade hab ich gegen Comic entschieden, aber Dark Knight ist Dark Knight. Komm, Gregor, nimm mir die Entscheidung ab. Also, Dark Knight. Ja, gut, ich bleib bei Mulholland Drive. Also, ich muss nur sagen, Mulholland Drive ist für mich halt einfach der bessere Film. Ach, wieso? Das heißt, Nolan gegen Nolan. Wir werden Nolan-Duell haben. Okay, Magnolia gegen Everywhere. Ja, muss ich sagen, Everywhere. Everywhere. Also, Magnolia ist toll und es regnet fröhlich. Da muss ich gar nicht mehr nachdenken. Ich hab zu Magnolia tendiert tatsächlich. Ich sag Magnolia. Ja? Aber das kannst du ja. Das mach ich ja gar nicht. Tom Cruise in Magnolia. Ja, respect the cock. Aber. So. Nominierung, ne? Oscar-Nominierung. Ja, ey. Er ist auch Wahnsinn. Es ist wirklich traurig, dass wir Wonkawaii gegen Mad Max Fury Road antrennen. Ja, da ist es gemein drin. Das ist echt gemein. Da ich Mood for Love nicht gesehen hab, da ich aber, ich glaube, viermal im Kido war für Mad Max Fury Road und ihn direkt am Releasetag auf Blu-Ray geholt hab und ihn schon in der Chrome Edition gesehen hab und ihn sicherlich dieses Jahr noch viermal sehen werde, sage ich Mad Max Fury Road. Tja. Grego? Fury Road. Gut, dann haben wir das abgehakt. Ich hätt jetzt auch Fury Road genommen, weil den hab ich halt deutlich häufiger gesehen. Aber Mood for Love ist ein schöner Film. Also wirklich. Ja, absolut. Sehnsucht wurde selten so, so toll in Szene gesetzt wie in diesem Film. So, dann haben wir Endgame gegen The Matrix. Matrix, sorry. Also, kein Marvel-Film kommt. Jetzt komm. Die Matrix. Ja? Ja, ich dachte, du willst die Welt trennen sehen. Also. Ich hab's kurz gleich ausgeplappert, aber ich fand's so den Moment ganz gut gerade. Nein, also ja, auch da, so sehr man Endgame schätzen kann eben für das, was er repräsentiert, aber die Matrix war ein bisschen bescheuner, ne? Also die Matrix ist schon ein Gegner. Da gibt's Kathleen Guns. Ja. Und er ist vor allem auch der einzige Matrix-Film, der ein richtig geiler Film ist. Der ist, ja, der ist richtig toll. Also, ich liebe auch die Tatsache, dass bei Matrix... Ja, auch in sich abgeschlossen ist, wenn du mehr nicht brauchst. Nee. Und die ersten 30 Minuten sind ein Thriller, das vergisst man immer. Der wird erst so langsam zu diesem, äh, Gunfu und so weiter. Ja, ja. So. Inglourious Bastards gegen Parns Labyrinth. Bastards. Bastards. Ja? Also Bastards ist für mich, also, der rennt gerade durch alles durch. Ihr kickt ihn jetzt raus, brecht mir das Herz, aber Bastards ist einer meiner Lieblingsfilme auf der Welt. Da muss ich leider dann, äh, Inglourious Bastards, richtig. Oh, danke. Nicht dir, dir nicht das Herz brechen. Dann bleib ich bei Parns Labyrinth. Ich liebe Parns Labyrinth und ich verabschiede dich mit nem weinenden Auge, aber, äh, das war noch nicht so schwer. Nee, jetzt wird's schwieriger. Jetzt wird's schwer. Fight Club versus Herr der Ringe. Ja. Das, äh, eine Allegorie und Gesellschaftsgetrick und das andere Fight Club. Ich bleib bei Fight Club. Herr der Ringe. Ja. Oh, muss ich? Wir haben noch einen Herr der Ringe Film, ne? Stimmt. Haben wir den mit Urukal? Nein, den haben wir nicht. Äh, obwohl der hat auch Urukal. Heats back on the menu. Ja, genau. Hm. Also, einmal Herr der Ringe, einmal Fight Club. Du bist das Zünglein an der Waage. Ist das? Ist das der erste Herr der Ringe, ja? Das ist der erste Herr der Ringe, ich weiß. Und ich mag das Audenland. Ich find, das ist gar nicht so lang. Einer der wenigen Filme, wo Sean Bean stirbt. Ja, Sean Bean stirbt immer. Hätte er im Fight Club mitgespielt, wäre er auch der Sturm. That's the joke. Aber, ähm. Komm. Also, die nächste Wahl ist doch leichter. Äh, ich sag Fight Club. Also, es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh. Hart. Ja, komm, aber jetzt wird's doch leicht. Also, ich mein, wir blöchen allen Ehren, aber Herr der Ringe 3. Return of the King. Ja, so. Gut. Inception versus The Dark Knight. Ich bin bei The Dark Knight. Das ist schwer. Das ist knifflig, ja. Das ist, also, ich, ich liebe The Dark Knight. Es ist, es ist der beste Nolan Batman. Ja, meines Erachtens. Das ist er auch. Das ist er auch, ja. Und er hat, er hat meiner Ansicht nach, eine Powerhouse-Performance, die halt Inception leider nicht hat. Er hat nicht nur eine Powerhouse-Performance, alle sprechen darüber, wie gut Heath Ledger war er auch, aber Aaron Eckhart ist auch phänomenal in dem Film. Und Gary Oldman ist phänomenal in dem Film. Und, ah, es ist Dark Knight, sorry. Dark Knight. Dark Knight, ja. Er hättest du auch gewählt? Ja. Cool. Also, das tut weh, aber es ist Dark Knight, ja. Ja. So, everything, ja, ey. Und bis hierhin, liebe Daniels. Warte, everything, every world wants gegen? Fury Road. Fury Road, ciao. So, also. Ich würde es Fury Road auch nehmen. Ja, ich hätte es auch genommen. Fury Road. Also, bei all der Kreativität und Zuneigung und alles. Oh, ist das fies, Alter. Das wird so hart. Der andere Film ist Fury Road. Ja. Ja, also. So, Matrix, Inglourious Bastards. Matrix. Oh, Bastards, sorry, aber das tut weh. Ja, aber ich muss hier auch sagen, wenn ich die Wahl habe zwischen diesen beiden Filmen, dann gehe ich bei Bastards mit. Oh. Trotz Gatlinger, danke. High Five. Messer ins Herz. Ja, aber ey, Inglourious Bastards hat zum einen Hans Lander und hat zum anderen so viel Filmgeschichte drin, da kommt halt auch leider die Gatling gar nicht mit. Und ich muss ja immer sagen, Matrix ist für mich leider ein bisschen noch zu sehr Rip-Off von so vielen John-Woo-Mechanismen und so weiter und Sachen, die man schon echt als interessierter Filmfan vor Matrix kannte. Dementsprechend, oder zumindest ich. Das sind ja deine Kriterien. Genau, das sind meine Kriterien. Nein, Inglourious Bastards ändert den Verlauf des Zweiten Weltkrieges so. Ja. Das zum einen, das zeigt, wie kraftvoll das Kino sein kann. So, Fight Club gegen Herr der Ringe 3. Oh, das ist schwer. Also wir waren davor echt hart und wir haben gesagt, raus mit den, mit der Fellowship. Aber wenn der König zurückkehrt, kehrt er ins Halbfinale ein, weil es ist Herr der Ringe. Also Herr der Ringe ist 3 und Fight Club, sorry, ist das Herr der Ringe 3. Herr der Ringe. Herr der Ringe? Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich bin hier bei Herr der Ringe, weil das ist auch wieder so, das ist Popcorn-Kino. Oh mein Gott. Das ist Blockbuster-Kino, das ist, hat, ja, die Elf Oscars gekriegt, so. Also ich meine, das ist einfach die Zusammenführung von allem. Ja, so Endgame halt vorher. So, und jetzt wird's schwierig. Alter, Alter. Wollen wir vielleicht, ich weiß nicht, welche Wahl dürfte euch leichter treffen? Die Linke oder die Rechte? Keine, keine, keine ist leicht hier. Ich weiß meine Sachen schon. Du hast ja die Sachen schon. Ja. Okay. Wollte ich beide sagen? Nee, pass auf, fangen wir diesmal, machen wir das Finale, ziehen wir andersrum, machen wir rechts. Okay. Glorious Bestes gegen Herr der Ringe 3. Herr der Ringe. Das ist, das ist das Schwerste bisher, das ist wirklich das Schwerste bisher, weil das eine... Keiner hat verlangt, dass es leicht wird. Also das eine ist halt so ein epochales Meisterwerk, das auch noch der dritte Teil einer Trilogie ist und wahrscheinlich der beste Teil dieser Trilogie ist und zu Recht auch alle Oscars gewonnen hat. Und in der Special Extended dauert der vier Stunden und noch mehr wahrscheinlich. und ich gucke ihn trotzdem einmal im Jahr und es ist so toll. Und das andere ist in Glorious Bastards. Und ich liebe in Glorious Bastards. Deswegen, ich probiere jetzt so in meinem Kopf irgendwie zu rechtfertigen, was ich jetzt sage, okay? Wenn wir in einer Welt leben, in der wir Herr der Ringe 2 und Herr der Ringe 1 eliminiert haben und ich jedes Mal nur den dritten Teil gucken kann, aber wenn ich entscheiden kann, in Glorious Bastards zu gucken, der in Anfang eine Mitte und ein Ende hat, dann sage ich in Glorious Bastards. Herr der Ringe 3 hat 20 Enden. Ja, 20 Enden, aber kein Anfang. Du kannst überall da einen Anfang da finden. Ja, aber du hast recht, der Film hat 40 Enden. Ich sage in Glorious Bastards und mein Herz blutet, aber die anderen beiden Herr der Ringe Filme sind ausgerottet, das heißt, wir leben in einer Welt, in der du diese Trilogie als Experience nicht mehr gucken kannst. Und deswegen Bastards. Das ist meine, äh... Oh Daniel, das wird hart. Das ist scheiße fies. Ja. Boah, ich weiß... Als singulärer Film. Jetzt hassen mich alle, ne? Wahrscheinlich. Egal, was du wählst. Egal, was ich wähle, sie werden mich alle hassen. Also zumindest die eine Seite wird mich hassen. Na? Ich will dich nicht beeinflussen, aber singulär... Daniel, was sagt dein Herz? Was sagt dein Herz? Nicht das Hirn. Ja, ja. Mein Herz... Boah, wie du haderst, ey. Sprech es aus. Augen zu und durch. Herr der Ringe. Boah. Ich hasse mich. Also ich meine, du hast natürlich recht, aber... Ich meine, wenn du da sitzt im Kino und du hast diese Reise mitgemacht und dann... Und wirklich, ne? Und die Olifanten kommen und die Geister kommen und was weiß ich alles. Und hier, er kommt mit dem Licht und auf den Berg, wenn die Adler kommen. Wäre auch nicht davon ausgegangen, dass wir die anderen Filme aus der Existenz daraus... Das ist ja nicht, wie nimmst du auf eine einsame Insel mit oder so, sondern... Aber wir sind halt hier schon die Blockbuster-Freunde, muss man halt einfach mal sagen. Naja, wir sind... Allgemein mit der Meinung. Ich frag mich, was du jetzt wählen wirst. Ich weiß nicht, habt ihr... Bist du klar? Ey, das ist schwer. Das ist wirklich... Unfairer geht es nicht. Es sind zwei fucking Meisterwerke. Es sind zwei Genre-Meisterwerke. Es sind Neuinterpretationen von etablierten Charakteren, die es besser gemacht haben sogar. Das eine ist halt Rush, Adrenalien, pur, 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 pur und bringst einen sogar zurück zur Ära des Stummfilms und Stuntwork und das andere ist der Dark Knight und... Fuck. Und so, wie du da gerade den Christian Bale knuddelst... Du darfst gerne, ich hab's letztes Mal als Erste gesagt. Du darfst gerne jetzt deine Meinung abgeben. Pass auf, ich mach... Ich sag Dark Knight, fuck. Echt? Ja. Okay. Dann sag ich... Ich sag Fury Road. Und dann sag ich Fury Road. Ja? Ja, natürlich. Also Dark Knight ist ein super Film, aber es ist fucking Fury Road. So. Also... Setz dich mal wieder hin. Es ist wirklich, ne, die Frage nach Kind 1 oder Kind 2, so. Also, ey, keine Ahnung. So, womit wir das ultimative Duell haben. Fury Road vs. Herr der Ringe Return of the King. Das ultimative Duell der besten Filme der letzten 25 Jahre. Wollen wir einfach unsere Sachen einfach mal aufschreiben. Bevor wir uns untereinander beeinflussen jetzt für den Besten. Ja, also pass auf, ich hab meine Wahl schon getroffen. Ich hab hier auch jetzt meine Wahl getroffen. Ich meine auch. Dann sagen wir's einfach. Auf drei? Auf drei. Auf drei und danach. Also, auf die gefühlte Null. Äh, ja. Okay. Eins, zwei, drei. Herr der Ringe. Achso. Ich glaube, ich hab das nicht ganz verstanden, was du sagen willst. Okay, wir haben's nicht gehört, wir machen's nochmal. Okay. Äh. Ich wollte halt nur mal zählen. Ja. Okay. Herr der Ringe. Ich hab's gesagt. Jetzt müsst ihr mir so was sagen. Okay, äh, Fury Road. Uh. Vergiss nicht, dass du Bastards rausgekickt hast für Herr der Ringe 3. Ich weiß, ich hab Bastards rausgekickt für Herr der Ringe 3. Aber nicht, dass dich jetzt die Kenntnis unserer beider Wahl in deiner Meinung beeinflusst. Was hast du dir vorher denn zurechtgelegt? Ich muss, ich muss auch sagen, ich, ähm, bleib bei Fury Road. Krass. Weil Fury Road war ein Film, weißt du, da kommt der vierte Film einer Reihe her, die eigentlich auserzählt war, wo du gedacht hast, okay, das ist eigentlich zu Ende und das ist noch nicht mal mit dem gleichen Hauptdarsteller so. Und dann liefert Miller, auch mit seinen Paaren 70, glaub ich, ne? Liefert nochmal so ein Brett ab. Also, ich hab den dreimal im Kino gesehen und es war dreimal ein Flash. Ja, absolut. Ich innu. Ey, es ist eine wirklich fiese Entscheidung, aber irgendwo muss man eine Entscheidung treffen. Ich sag's ganz ehrlich, äh, mit Fury Road an der Spitze dieses Turniers kann ich mich absolut, äh... Und damit haben wir einen Sieger. Mad Max, Fury Road hat es wie... What a love to die! Ja, hat es, hat es wie bei den Kritikern auf Platz 1 bei uns geschafft, ja? Aber muss mal sagen, ne? Also, das waren ja jetzt schon wirklich gerade was, also, wir haben eine gute Mischung, was Fansicht ist, ne? Also, wenn ich... Soll ich noch einmal kurz zum Abschluss vorlesen, was die Fans, äh, also, komplett hatten? Dark Knight auf 1, Interstellar auf 2, Inception auf 3... Nolan, 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 Nolan. Ja, ähm, Herr der Ringe 3 auf 4, Endgame auf 5, Matrix 6, ähm, Herr der Ringe 2 auf 7, Parasite auf 8, 9, Everything Everywhere All at Once, Der Two Towers, Herr der Ringe 2 auf 10, Saving Private Ryan, Fight Club, Top Gun, Mavericks, Spider-Man Across the Spider-Verse, Avengers, Infinity War, 16, Spider-Man Into the Spider-Wars. Und danach wahrscheinlich alles voll mit Marvel, kann ich mir vorstellen. Ne, 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 Gladiator ist mir noch dabei, Fury Road, No Country for Old Men, The Departed, Devil We Blood, La La Land, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Whiplash. Oh, okay. Das waren die Fans. Interessanter Pick. Ja, und ich mein, bei den Kritikern, Mad Max, Parasite, Mulholland Drive, Dark Knight, Portrait of a Lady on Fire, In the Mood for Love, Spirited Away, Pan's Labyrinth, Matrix, Social Network, No Country, There Will Be Blood, Get Out, Moonlight, Everything Everywhere All It Wants, Magnolia, Whiplash, Inside Llewyn Davis, The Lord of the Rings, Fellowship of the Ring, Zodiac, Inglourious Bastards, The Tree of Life, Paddington 2, und jetzt, den muss ich jetzt sehen, also allein schon nach The Unbearable Weight of Mass of Talent, wo ich erfahren hab, das ist einer der besten Filme. Ist einer der besten Filme aller Zeiten. Platz 24 der Kritiker, Black Panther, und Platz 25 Arrival. Black Panther ist Quatsch. Aber ich sag nur, so unterschiedlich können die Ansichten sein, ne? Arrival wär interessant gewesen. Arrival wär interessant gewesen. So, das war schwer, ne? Das war schwer, ja. Also ich schau nicht in die Comments rein, ne? Ne, ne, ne. Lasst uns eure Entscheidung wissen. Haben wir weise, salomonisch, vielleicht furchtbar oder katastrophal entschieden? Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Wir sind gespannt, welchen Film ihr auf die Eins gewählt hättet aus diesen 32. Und wir sind natürlich auch erfreut darüber, wenn ihr, ja, Feedback da lasst, ob wir sowas nochmal machen sollen. In diesem Sinne, jetzt endgültig. Vielen Dank, Yves. Jetzt verabschieden wir uns. Danke, dass ich hier sein durfte und das Beste kam zum Schluss oder das Schwerste kam zum Schluss, aber hat mega Spaß gemacht, mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ja. Danke dir, Gregor, für deine Hilfestellung bei vielen Titeln und ansonsten vielen Dank draußen fürs Zuschauen, vielen Dank an den Supporters Club und vielen Dank für alles sowieso. Bis demnächst und viel Spaß im Kino. Tschüss. Tschüss.